Herzlich Willkommen auf Animoodcraft. Ich bin der Fabi. Ich bin der Chris, ja. Und dabei ist wieder der Mausty Games. Servus. Und ich wacke in den Stein rum. Okay, das wollten wir wissen. Und ich joiner rauf und hoffe, dass ich keinen Badlook in habe. Es ist irgendwie bei mir Standard. Oh, es ist dunkel, ja, 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 es ist dunkel, ja, ja. Wir haben keine Betten mehr. Wir haben unsere Betten gefickt, glaube ich. Ja, der Oga hat alles hier terraformt. Der Wichskrieger in meinem Popo. LOL, wieso ist die, wieso, hä? Die Spitzsage ist kaputt gegangen, aber wieso ist die nicht weg aus meinem Inventar? Weil sie jetzt eine kaputte Spitzsage ist. Ich möchte ihn nicht mehr. Ah, ah, irgendwie so ein Mega-Lanti-Booms. Ja, pass auf, diesen übelstark. Ja, danke, dass du mir das hier zeigst. Ich hab mich grad, ich wollte mich grad mit einem von den anlegen, dann sagt so NiceCraft, ne, ne, solltest du lieber nicht tun. Ne, ne, du, lass ich nicht kommen. Ich hab acht Eisen, wie viel hast du? Leute, ihr sollt echt nach Hause kommen, ist mitten in der Nacht. On my way, ich hab ein Holzschwert, ja? Die können mir also nichts. Ich hab ne Schaufel. Ah, Alter! Dieses Haus, wo wir drin gewohnt haben, da reiß ich einfach mal komplett ab, ne? Ja, da gibt's eh nicht mehr viel. Alter, ich kann nicht mehr sprinten und ein Creeper ist hinter mir. Nein! Tötet den Creeper. Ich hab diese Magellania ausgetrickst. Diese Apirari? Sind das irgendwie Bienenstöcke? Ja, genau, die baue ich ab. Oh, ich hab ne Biene rausgenommen, ist das gut? Ich weiß nicht. Nein, bist du einfach normal. Okay, da brauchen wir ne bessere Axt von dir abzubauen. Dann lass ich erst mal stehen. Ja, lass mal stehen. Pinguin, geh mir nicht voll... Alter! Redet mir mal, ich hab nur zwei Herzen. Wow! Wow! Was zur Hölle? Was? Nie, löscht das Feuer! Alter! Nein! Das ist so ein spezieller! Rett weg! War's Creeper? Ja, war's Creeper. Ich hab da nur noch drei Leben. Wow! Alter Junge! Boah, der hat 100 Leif. Ich bin halbtot. Er hat sich in die Luft gesprengt, dummer Creeper. Als ob der sich in die Luft gesprengt hat, oder? Ja! Lol, der hat fast unser Haus gar nicht kaputt. Nein! Alter! Alter! Hat der irgendwas gedroppt? Die droppen doch... Ah, ne, wenn sie explodieren nicht. Ne, wenn sie... Oh, ich hab ne Wodenschauer gekriegt. Gar nicht. Mach mal, mach mal da ganz. Ja, gib mir mal das Holz hier, was du hast. Äh... Ich hab nur ein Holz, ne? Ja, egal. Ein Holz besser als kein Holz, weisch? Stimmt, ja. Ich hab nicht, dass ich schon wieder draufgehe mit meinen vier Herzen. Alter, ich hab sechs, wir sind schon voll... Alter, Zombie! Da hast du sogar noch sieben. So, was ist eigentlich der Pisten da, da? Ich weiß es nicht, der war drei einfach. Der ist jetzt der... Alter, wie viele Sachen hat der Zombie dann bitte gedroppt? Der soll ich dieses Haus hier reparieren oder abreißen? Das da? Ich weiß nicht, das könnte mir reparieren, aber das hier reiß ich ab, ne? Das hier... Ja, man kann kein Eisen im normalen Furnace braten. Nein. Nein, kann so auch nicht. Wie wo dann? Da gibt so ein extra Furnace hat grad Nice Craft auch gesagt, aber ich weiß, der? Schau nach Furnace, dann findest du das. Furnace. Furnace. Kann nicht Furnace schreiben. Ein Frozen, ein Black, ein Red, ein Brown, ein Green, ein Electric Furnace, ein White Furnace. Da gibt's keine speziellen Furnaces. Und da kann man echt nicht braten, dann haben wir jetzt ein Problem, ja? Dann haben wir jetzt ein Problem. Da sind ja auch gar nicht viele Wehrwölfe draußen unterwegs, ne? Alter, die kennen mich immer noch am Sack, was ist denn los? Guck mal, vor unserer Fresse ist hier schon ein Wehrwolf. Und da kommt ein Zombie auf uns zu. Was willst du eigentlich, du Fickfotzenkönig? Oh! Wird von der Atte attackiert. Ah! Trenn, ich, ich, ich. Ah, nice. Ich weiß nicht, man hat seine Spielzeige repariert mit diesen, das, wo man da über bekommt. Okay. Na, das ist halt, ich hasse die Garten. Die kann man eh nicht anhitten, aber die sind, die machen sich kaputt. Ich hab irgendwas von der gekriegt. Ah, nein, das sind XP, die aussehen wie, wie Beutel. Ah. Hat jemand was zu essen, oder? Ich gehöre drauf. Ja, komm her, du Mongo. Bitteschön. Was würdest du nur ohne mich? Ich hab 24 Kartoffeln, also. Super. Ja, ich dropp dir erst. Ein paar. Warum hast du eine Karotte auf dem Rücken? Ja, weil es das erste Item ist, was man hat, und das erste Item ist immer das, was man auf dem Rücken hat. Was hab ich denn denn auf dem Rücken? Gar nichts. Na, Schwert. Also, ich könnte, guck, ich lege jetzt das erste hin, jetzt hab ich ein Schwert hinten. Siehst du? Ja. Der Scheiße. Aber ja, es sieht geil aus, wenn man ein Schwert hinten hat. Ich find's cool. Ich dachte, das erste, wo man im Spiel findet. Na, sondern das erste, was man im Inventar hat. Ja, hab ich wirklich gedacht. Ich dachte, soll ich euch mal sagen? Ich hab eine Ratte. Ich hab hier eine Row-Red, ja? Eine ungebratene Ratte hab ich hier. Nice. Die kann man essen. Oh mein Gott, das sind Wehrwölfe. Alter, das wird, du bringst jetzt, der kommt jetzt zu mir, ehrlich, wegen dir. Nee, der kommt gar nicht zu dir. Aber, ähm, ich bin grad ein bisschen ratlos, muss ich ganz ehrlich gestehen. Dann bau den Fahrrad. Alter, da ist ein Mini-Zombie. Oh, Mini-Zombie! Die Sounds, hier sind voll creepy, Alter. Ist so? Ist so. Ja, wie, wie praten wir denn jetzt? Ich weiß nicht. Geist drum, ich weiß gar nicht, ob ich mit meinem Vieh-Herzen überhaupt rumrennen soll nachts. Ich glaub nicht, mit 6 Herzen ist es auch noch ziemlich gefährlich. Ah, ah, ich brenne, äh, brennender Geist, brennender Geist. Hilfe, 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 Wasser, Wasser. Boah, das ist Boss, Boss, Geist. Nein, Wasser, Wasser. Ficken. Ich rette deinen Luf. Oh, ich brenne auch. Nein. Soll ich euch mal was sagen, jetzt hab ich nur noch... Heißen die bei euch auch, Entity Mo Creatives Flamerave? Ja. Wieso heißen die so... Warte kurz auf mich, warte auf mich! Okay. Alter, hier ist schon wieder so ein Skeletor und... Alter! Schnell, beeil dich! Renn einfach auf die... Sprinter einfach auf die Druckplatte. Boah. Ey, ihr seid ja jetzt in einem Standardsporn. Na klar. Ja, und soll ich euch sagen, wie viel Herz ich noch hab? Fünfeinhalb, ja? Fünfeinhalb. Ich hab... Dreieinhalb. Sieben. Alter. Wieso? Was suchen diese ganzen Bosse bei uns? Ja, normal, wir haben nix ausgeleuchtet. Krüppelwichskinn. Ist so... Soll... Aber ne, das wär dann langweilig. Ja, ausweichen wir langweilig. Krieg ich mein Zeugs wieder zurück, bitte danke. Ja, bitte danke, bitteschön. Wo bist du? Da mal den ganzen Scheiß, wo ich auch gesammelt hab in die Kiste rein. Ja, ich brauch nämlich mein Zeugs. Oh. Alter, wie sich die Tür an... Bam. Bam. Hey, meine Spitzhacke ist nicht da. Meine Steinspitzhacke, her mit ihr. Ich hab keine Ahnung, ich hab sie. Ich weiß ganz genau, was ich hatte. Und ich hatte noch ne Holzachst, ja? Die hab ich nicht. Ja, der Bilch. Was ist... Neckt euch der Server auch? Also so, dass zum Beispiel so wegwerfen... Ja, das stimmt schon. Das ist aber normal. Wo ist meine Spitzhacke hin? Wo ist meine Spitzhacke hin? Ich hab sie da reingehauen. Wo hast du sie reingehauen? Ah, da. Da reingehauen. Okay. Das war meins. Das war meins. Das... Ne, das war nicht meins. Ähm... Was hab ich noch im Moment? Wollen wir mal Wolle organisieren? Moment. Ja, wär ganz gut. Aber nachts weiß ich nicht... Na, nachts... Ich weiß nicht so ganz, ja? Ah, hier liegt noch übrigens viel Zeugs von mir rum. What the fuck? Ich behalte einen Grabstein... Ich kann... Loll. Ich hab keinen Grabstein multipliziert. Ich weiß, das ist mir grad eben auch... Äh, passiert. Das is nice. Ich bin ein Hacker. Du bist ein Hacker, du. Ich bin ein Hacker. Hacker. Hack nicht so viel, ey. Ich hack so gerne. Du hackst so gerne. Schält ihr, was da draußen rumfliegt? Oh, ein fliegendes... Ja. Ein fliegendes Pferd. Ein fliegendes Pferd. Wow! Wow, 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 wow. Was denn los bei dir? Geist. Schon wieder? Ja. Er geht drauf. Ja. 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 Wie ich geschrien hab. Wenn du drauf gehst. Alter, wenn man hier einmal brennt, geht man sofort drauf eigentlich. Ja. Oh oh. Nein, Werwolf. Nicht angreifen. Werwolf. Böses Werwolf. Ich bin dein Freund und Helfer, Werwolf. Kein böses Wicht. Also nachts leckt's immer. Ich glaub, das bauen so viele Mobs, dass er so fett überlastet ist. Ja, ich kann grad nicht mal Holz abbauen, ja? Ja. Alter, Ratte nicht mich angreifen. Du hässliches Rattenviech. Welche Stadt sind wir rot, ne? Ja. Aber ich check mal ganz kurz ab, wie man Eisen brennen kann. Ich hab Eisen reingelegt, aber ich kann das nicht brennen. Ja, das ist soweit war ich auch schon. Raten brennen geht nicht. Ich check das mal ganz kurz ab, ne? Check das mal. Alter, dieses Geruch... Doch, es geht doch! Oh mein Gott, da ist ein Mini-Golem. Ah, nein, es geht. Doch, es geht! Was labert ihr für ein Dreck? Es geht echt. Loll, wie machst du denn das? Einfach reingelegt? Es dauert nur dick langsam. Dick lang einfach. Dick langsam. Das ist aber Copper. Ich hab von Eisen geredet. Eisen geht nämlich nicht. Ich hab auch Eisen hier. Warte. Ja, dann probier's mal damit. Oder das dauert wirklich... Verdammt, dick lang. Warte jetzt, warte jetzt, warte... Nein, es geht nicht mit Eisen, stimmt. Er hatte wirklich recht. Warte, 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 warte. Und Copper, das geht mit Kupfer. Ist so. Wir brauchen Eisen. Aus Copper kann man jetzt nicht ausrüsten. Ähm... Er hat mein Geist nicht ausrüst. Ah, dann weiß ich, wie's geht. Da muss man dieses Smeltery-Teil bauen. Das Eisen eingießen und dann in Warenform gießen. Ah, okay. Und wie baut man das? Smeltery. Komm, schauen wir alle nach Smeltery. Äh, das baut man aus Sirt Bricks, Sirt Bricks. Und das macht man aus Grout. Und Grout macht man aus Clay, Sand und Gravel. Okay. Und welches davon brauchen wir? Brauchen wir die Smeltery-Drain oder die Smeltery-Controller? Wir brauchen beides. Okay, also. Wer fährt Sand? Ich geh Sand fahren. Wir fahren Clay. Äh, ich geh Clay so fahren. Dann geh ich Krabel fahren. War nicht bei Nacht, oder? Alter, hier... Ich hab schon Krabel gefahren. Ja, hier ist... Wie viel brauchen wir von dem Scheiß? Alter, die kleine Ratte. Du nervst, du dumme Ratte. Ich kann dich auch nicht hitten. Boah. Alter, ich wär fast wegen der Hände. Ziemlich viel brauchen wir davon, also so... Boah, das ist ein Oga. What? Nein. Unten in unserem Dorf. Ich weiß, den haben wir nicht hingekriegt zu töten. Na, so wird da schon noch... Ey, hier schweben Blöcke. Passt auf, die Golems werfen nach uns. Diese hässlichen... Oh, da ist ein Oga! Du brennst! Du brennst! Du brennst! Nein, ich will nicht noch ein Herz weniger. Wo ist Wasser? Da, gar nicht. Du bist tot. Nee. Hast du noch geschafft? Mit dem letzten Sprung ins Wasser. Alter, what the fuck? Alter, da vorne ist Sand. Ich hab jetzt... Oh mein Gott, da ist... Ein Schmeise-Golem. Wo zur Hölle kriegen wir jetzt Clay her? Aus dem. Ja, toll. Nacht renne ich jetzt vor irgendeinem See. Ganz bestimmt. Nein, eher nicht. Damit mach mein Loot auf. Ja, ich probier's. Alter, hier ist der fliegende Geist. Der killt mich jetzt. Hier ist ein Feuergeist. Flame Wraith. Wo bist du überhaupt gestorben? Creeper hinter dir? Hör ich dein Ernst? Weißt du, wenn ich wüsste, wo ich gestorben bin, hätte das eine Vorteile. Ich glaub neben uns im Haus. Du bist gestorben? Minigolm, wo war der? Ja, ich... Der hat mich auch voll überall. Hey, drei Herzen. Geil. Alter, der Minigolm, der macht mich auch kaputt. Ich hab noch ein Herz. Hey Leute, ganz im Ernst, was mach ich, wenn ich nur noch ein halbes Herz hab? Dann kannst du nicht mehr spielen. Echt? Der kann dich schon, aber dann bist halt dauer-tot. Ja, nee, dann bist du nicht dauer-tot. Aber weil's noch viel schlimmer ist, du kannst, ziehst nur drei Blöcke, halt. Oh, man. Alter, das ist ja voll hart. Bist du. Was zur Hölle ist denn alle bei den Druckplatten los? Skorpionen, wer wohnt? Ja, ich weiß. Die sind alle gespawnt. Läuft gar nicht. Geuchtig, komm her. Nimm deine Sachen. Schnell rein. Renn rein. Alter. Oh, Mann! War das dieses Fliegen gefährt? Das war das Fliegen gefährt. Ne, Minigolm. Was? Wie? Hab den auch nicht gesehen. Alter, nimm mal das ganze Loot jetzt und verpiss dich rein. Wir sollten nachts wirklich nicht mehr irgendwas machen. Ist so. Einfach pennen nachts. Ganz ehrlich. Ja, wir dürfen echt nicht mehr nachts raus. Wir machen uns nur die Herzen down. Ich hab auch nur noch sechs. Ich hab nur noch vier. Ich hab nur noch drei. Vier. Ne, ich hab noch fünf. Das heißt, noch fünfmal sterben und ich hab ein halbes Herz von Haus aus. Dann bist du gefickt. Dann kann ich aufhören. Alter. Ne, du brauchst so deine Dinge. Das kann man regenerieren mit, äh... Herzkontrieren. Ja, diese Kasten. Ne, ne, ne. Ähm, Heart. Ich glaub, da reichen auch diese, ähm... Äh, diese... Wie heißen die hier? Hast du die Sachen aufgenommen? Heart of Regeneration. Da brauchst du Gold... Äh... Fünf Goldbarren und ein Goldblock. Und dann musst du das Teil mit XP füllen. Ich hab den hässlichen Mini-Golem gefunden, Alter. Der hat sich hier in ein 1x1-Loch reingegraben, der Wichskopf. Ja, ich hab... Also ganz ehrlich, ich trau mich da jetzt nicht mehr rauszugehen. Ja, ich, ich nehm... Ich nehm halt die ganzen Sachen. Lass die nicht weggehen, wa? Ja, mach das. So... Wollen wir uns nicht von unserem Haus raus irgendwie gleich eine Leiter nach unten bauen, dass wir dann direkt... Wir nicht raus müssen. Ja, wir brauchen aber... Uns hilft das ja nichts auch. Alter, was ist das für eine Soundumgebung? Alter, bei mir kommst du die ganze Zeit plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus... Habt ihr das auch? Ne, das ist, wenn der Server bugt. Oh, fuck that. Ja, ich würd sagen, wir bauen aus dem Haus eine Mine raus mit der Leiter runter, weil... So kommen wir zu nichts. Ja. Obwohl es in Höhen auch nicht gefährlicher ist. Aber da... Also ich leg mal den Gravel jetzt rein, ne? Oder wer auch immer den Gravel jetzt eingesammelt hat, ich. Okay. Leg den jetzt rein. Jetzt brauchen wir noch Sand, den ich gleich... Sand ist gleich neben der Haustür, aber... Ja, aber... Alter, die... Haben wir mal ne Schaufel machen? Die Sound... Das... Hier... Da ist ne Schaufel drin. Ich hab sogar ne Schaufel hier. Ja, Holz. Ja, heul nicht rum. Ja, ich muss das chill machen, ist so gefährlich draußen. Ich leg mal die ganzen Sachen, die ich nicht brauche, rein, ne? Ja, ihr könnt euch... Ich glaub, der Verlust der Sachen ist das geringste Problem bei dem Modpack. Ja, da drin ist auch nicht... Das ist wirklich... Das ist das erste Modpack, wo ich mich drüber aufregt bin, dass ich sterbe und nicht, dass ich meine Sachen verliebe. Ja, geh eigentlich schon. Ich brauch Sand, ich... Ich hol mir jetzt den Sand, auch wenn... Alter! Habt ihr das gesehen? Das Pferd ist über unserem Haus. Schau mal hoch, da ist das Pferd. Oh scheiße. Alter, wollen wir da nicht lieber zubauen? Äh, ja. Wo ist... Oh mein Gott, da ist das Pferd. Lass da mal... Ja. Alter. Bitte sag mir... Okay, hier ist nichts... Oh doch, da ist der Geist vor der Haustür. Fuck. Wir gehen da jetzt nicht raus, Alter. Ich brauch Sand! Guck mal, was hier überall rumkriebt. Ist so. Ich schaff das, ich bin ein mutiger Mensch. Viel Spaß. Tot! Wow, ich brenne. Ich bin vergiftet! Wir brauchen hier ein Wasserloch, das für uns... Alter! Nein! Du hast uns auch noch so einen hässlichen Stein hier reingekauft. Wie können wir Wasser anschaffen am besten? Eimer. Eimer. Nein, nichts Eimer mit... Es geht nicht, wir haben keinen Eimer. Lasst euch was anderes überlegen. Einfallen. Oh, Alter. Eigentlich wollten wir ja in dieser Folge hier ein bisschen auf Alkonos zu gehen. Ja, geht ja nicht, wie wir sehen. Irgendwie sind wir überhaupt nicht vorangekommen. Ja doch, ein bisschen schon. Wir wurden... Wurden es heller langsam? Ja, ne? 6.000 mal überrascht mindestens. Ja, ist ein bisschen heller. Naja. Egal. Für diese Folge sind wir auch schon wieder durch. Geht verramt schnell. Was? Ja, ist wirklich so. Wir schaffen nix. Wir kommen nicht vor. Wir sind solche Opfer. Unproduktiv. Lass die Folgen einfach auf eine Stunde erhöhen. Ja, oder? Solange wir jetzt in solchen Loops sind... Ne, das machen wir dann der Woche, wenn Chris hochladen muss. Weil ich schaff das nicht. Leute, ich kann nicht schlagen. Ja, natürlich kannst du mich schlagen. PVP ist an. Deswegen verabschieden wir uns für diese Folge. Mädels. Ja, ha. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschü-tü. 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 Tschü-tü.